In Deutschland muss man reich sein, um sich das Leben grundsätzlich überhaupt noch leisten zu können. Aber selbst die Düsseldorfer Schnöselinneninnen, die fangen jetzt an zu sparen im Haushalt. Also manche, einige. Die Königsallee in Düsseldorf. Glamour Shoppingmeile in Nordrhein-Westfalen. Worauf wird hier verzichtet? Da haben Sie mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt. Wir sollen ja alle Energie sparen. Ja. Das haben Sie mitgekriegt. Das weiß ich. Gibt es irgendwas, was Sie da tun? Ich habe sehr vieles auf kalt gestellt. Also Händewaschen im Gästebad und so weiter ist dann nicht mehr warm. Was ist das denn für ein Haushalt? Oh Gräfin, im Gästebad ist es wasserkalt. Ja, ich tue etwas für die Umwelt. Aber ich finde es vollkommen richtig. Diese Gratis-Mentalität in Gästebädern, die muss aufhören, meine Damen und Herren. Die muss aufhören. Ja. Ja.